Polen Suchen Sie Erholung am Wasser? Sie sehnen sich nach Entspannung und Ruhe an einem goldenen Meeresstrand? Oder bevorzugen Sie Segeln auf Seen? Oder haben Sie Lust, während einer Paddeltour sich aktiv zu erholen? Polen prallt mit etwa 440 Kilometern Küste. Praktisch die ganze polnische Küste bilden leicht zugängliche, breite und sanfte Sandstrände. Unabhängig davon, welchen Ort Sie als Ihr Reiseziel wählen, können Sie auf kilometerlange Spaziergänge, ruhiges Sonnenbaden sowie sichere Erholungsplätze für Kinder, Jugendliche und Erwachsene rechnen. Im Sommer, von Juli bis August, kann man auch in der Ostsee baden oder Wassersport wie Windsurfing oder sehr populäres Kitesurfing betreiben. In den größeren Orten wie Swinoushce, Kolobjek, Ustka, Vlodislavova oder Sopot finden Sie zusätzlich typische für die Städte Touristenattraktionen. Schöne Architektur, Denkmäler, Cafeterias und Clubs. In den kleineren Orten wie zum Beispiel Ganski, Dermki, Bialogora oder Piaski können Sie auf Ruhe und schöne Strände rechnen. Es lohnt sich auch, die masurische Seenplatte zu besuchen. Tausende kleine und viele riesige Seen sind fantastische Plätze zum Segeln. In vielen Marinas gibt es die Möglichkeit, einfache oder luxuriöse Boote auszuleiten. Viele Touristen wählen in Masuren das Angeln. Wir laden Sie ein, Hilfe von Find in Poland zu nutzen, um Angelausflüge zu organisieren. Unter Personen, die in Polen sich erholen, sind Paddeltouren sehr populär. Sie können eine Tour auf einem kleinen Fluss oder entlang eines großen Flusses wählen. Das Kundenbüro Find in Poland hilft Ihnen, eine Route zu wählen und beschäftigt sich mit der gesamten Organisation der Paddeltouren. Wenn Sie Wasser lieben, finden Sie alle mit Wasser verbundenen Erholungsarten in Polen. Find in Poland 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 Find in Poland